dieses video wird unterstützt durch xbox game pass ultimate immer diese kommentare wann kommt das wann kommt dies wann machst du dieses video und du hast das versprochen aber ich brauche eine pause und wo macht man am besten eine pause auf der couch schön mit meinem controller auf die couch schauen fernseher anschmeißen und minecraft sollen ihre videos auch selber machen ich mache mir eine neue welt so schön in der bad rock weil die alle denken spiel die eh nie bad rock welt haha erstell zum glück habe ich den game pass da kann ich über 100 spiele spielen auf der xbox und auf meinem pc und ich kann sogar mit der xbox live gehen aber das beste ist ich habe die spiele sofort am releasetag völlig kostenlos das ist mega gut zum entspannen und trotzdem spiele ich nur minecraft irgendwie stimmt was mit meinem leben ich muss mal gucken was ich da mache vielleicht mache ich so eine neue video reihe lars und sein leben nee ich mache einfach so ein video das nenne ich lars ist kaputt oder oder lars hat keinen bock mehr oder ferdinand er ist auch wieder da juhu ferdinand alles tutti läuft bei dir ne genau du hast auch keinen bock mehr artist zu sein oder stadtist stadtist ne bist ja auch immer so einer der die ganze zeit leiden muss wenn wir videos machen ich schenke dir die freiheit ferdinand ferdinand hier steht die ganze welt offen lauf ok mach doch was du willst wie alle anderen auch ich werde jetzt einfach mal villager beklauen so wie sich das gehört wenn man ein neues dorf kommt erst mal klauen ja du lebst aber auch gefährlich da unten oder könnte eigentlich das voll gut hier ist direkt so ein dorf auf einer schlucht und ich könnte doch einfach in der schlucht weiter bauen dann hätte ich direkt so ein mega mega projekt hier am start zum entspannen hallo mieze na ok dann nicht aber wie gut direkt ein dorf auf einer schlucht das musst du auch erst mal haben okay boah ist das laut okay so sieht es also aus wenn man auf der bedrock handelt das sieht ganz anders aus wie bei der java edition der hat das markt über den kopf okay aber jetzt nicht jetzt hat er keine hose du geld geiler dorfbewohner brot und sattel ich kann direkt ich kann direkt ferdinand nehmen und losreiten wir können sofort abhauen hier das ist ja schlimm bei denen die haben nix nix haben die da ist ein kompostierer du bist kein bauer was bist du denn für ein bauer ferdinand ich komme ich habe einen sattel gefunden jetzt können wir abhauen jetzt können wir das leben leben ferdinand warst du schwanger ne du gehörst da hinten hin ferdinand wir hauen ab komm wir hauen ab wir machen nur noch das was wir wollen und nicht das was die wollen die interessieren sich doch gar nicht für uns die wollen immer nur zu ihren eigenen gunsten was haben immer nur videos 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 ich werde jetzt abhauen dann werden wir ein einsiedler ferdinand ferdinand wenn wir doch schon hier was erleben warum filmen wir das nicht einfach ich mein warum sag mal was ist das für ein komischer seed das ist die schlucht vom dorf sehr merkwürdig ferdinand also immer wenn wir nicht die kamera drauf halten haben wir die verrücktesten sachen ich glaube ferdinand hat auch keinen bock mehr er will auch nicht geritten werden er hat auch keine lust mich die ganze zeit durch die gegend zu schleppen mach mal selber pause ich mache auch pause und dann guck mal wie es weitergeht ich glaube der soll nicht merken dass das haus geklaut ist ich bin ganz lieb golem das haus ist meins ja 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 guck hier ich nehme veränderungen am haus vor ich darf das das ist mein haus ja alles gut ich habe das gar nicht geklaut oh mann der tag der geht auch schon zu ende ach ja hallo nachbar ich will schlafen raus hier in echt auch schon dunkel geworden wie lange habe ich denn gezockt man erst mal den controller weg und da muss ich schnell wieder in den rechner ich muss doch weiter videos machen oh mann den ganzen tag schon wieder selber verdattelt hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von moment bevor ich damit weitermache habe ich für euch noch etwas und zwar verlose ich zehn mal den xbox gamepass ultimate dafür müsst ihr einfach auf twitter gehen der links unten in der video beschreibung schreibt mir warum ihr ihn haben wollt mit dem hashtag las xbox und schon weiß ich bescheid wenn dir das video gefallen hat dann kannst du es gerne liken wenn euch geschehen den kanal abonnieren und teil von team lasse p werden von meiner seite alles noch vielen dank fürs dabei gewesen sein fürs zusehen und bis zum nächsten mal ich bin raus ciao mit einer kaputten videokamera